Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Äh Alter Diese scheiß Katze, ne? Verzieh dich! Ohne Anleitung lässt sich das Experiment nicht durchführen Wo ist Anleitung 1? Kochrezept 1 fehlt Anleitung 2 zur Herstellung Kochrezept 2 Anleitung 3 Geht bei der Uhr vielleicht? Ofen abmachen, nicht die Finger verbrennen Okay Da ist auch noch was die zurstellung von älter willkommen wir haben wir haben nie fällt los geht's mit rand springen kannst du dir einen jahr greifen und hopp geht es weiter zunächst lehrte ein reißen hält man sich zu lange fest okay wir speichern einmal tic tic ruf die kiste mit ihrer ich habe null ahnung wo ich gerade hin laufe doch wir sind bei den gorillas kurchak please listen to me i know the nesting grounds are secret but i trust them you see i want to help them because because well they need us oh did you get that no kurchak kurchak irgendwas scheint ihn abgelenkt zu haben hat er zu dem baum aus rüber gesehen oh fuck it fuck down on a mega potion da sind die nächsten welten weg zack da ist die nächste kiste das sind die nächsten welt und da geht es auch schon wieder nach unten wir haben ja gesagt wir gehen hier nicht auf 100 prozent wir gehen hier auf story und die story ist noch eldos lang anspringen jawoll ach komm als ob du den sprung nicht hinkriegst ich würde gerne mal wissen wie ich jetzt gerade wieder zum baumhaus wieder zurückkomme und da oben nix ist nee abspringen will ich nicht und da 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 Oh Gott, das ist doch echt traurig, nur noch. Hopp, hopp, hopp. Wow, es ist echt belastend. So, komm. Da hoch will ich. Einfach nur hoch. Mammutbau, perfekt. Eine perfekte Blume, ja, okay. Okay. So, jetzt hier hin. Baumhaus. Okay, Baumhaus. Waaahhhhhh. Waaahhhhhh. What's the big idea? Wait, Kerchak, please. Du wirst nicht verstehen? Ich war nur versuchen... Ah, eine Schnecke schlittert! Du siehst, ich schlitterte den jungen Gorillazen. Eww! So! Jawoll! Verzieh dich! Wie können Sie so etwas tun? Jetzt, Miss Porter, als ich sagte, ich war nicht auf die Gorillazen. Du bist nicht auf die Gorillazen. Oh, wegen einer Mishap! Komm jetzt! Was mache ich mit diesen Überzeugen? Blastet Gorillazen. Ich schlafe jedes letzte von ihnen. Ich werde sie unterziehen. Ich werde mein Leben auf. Hm? Was war das? Wir speichern erst mal. Ja. Stufe 46 bin ich da. Weg mich am Arsch. Jetzt los, Affen! Grotesk-Gummi halten. Noch mehr Äffchen! Weggemacht! Ein Feuergummi halten. Weggemacht! Aero Gakumi Aero Gakumi Aero Gakumi Aero Gakumi So, meine ganzen Thaler hier wieder einsammeln, die ich wegen ihr verloren hab. So, meine ganzen Thaler hier wieder einsammeln. So, meine ganzen Thaler hier wieder einsammeln. So, meine ganzen Thaler hier wieder einsammeln. So, zack, zack. Dann gehen wir noch hier hin. Oh, ich hasse sowas. Oh, wenn's eine Sache gibt, dann hasse ich genau solche Sachen, wo du genau zielsicher treffen musst. Wow. Wow. Da kann man sicher raufklettern, ja, dann tu das doch mal. Ja. 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 Weg mit dir! Haben wir noch einen Gorilla gerettet? Gut, meine lieben Freunde, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, das seht ihr dann morgen. Ich frage mich, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Ich werde mal ein bisschen gucken. Und wenn ich es weiß, dann würde ich sagen, melde ich mich wieder. Dann würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao!